Wir gucken jetzt anders gegen Koray. Oh, Koray! Moin Batschoro, was habe ich verpasst? Nix, alles gut. Moin Batschoro! Okay, Jasmin, nice! Wow! Jasmin, kann ich mir den Link senden? Ich denke, ich kann es nicht sehen. Ich sehe keinen K.O. in dem Filmen. Ich habe den K.O. in Deutschland gemacht. Ich habe den K.O. in Deutschland gemacht. Ich habe den K.O. in Deutschland gebracht. being in Deutschland gemacht. Oh. Oh, wow. Ey, Leo, wenn du hier bist, kannst du den Link von dem Bracket schicken. Ich finde den irgendwie nicht. Seitdem das geändert wurde, sehe ich gar nichts mehr. Ich weiß nicht, Bacciore, ehrlich. Der hat auch Pelé, kein R9 mehr. Das ist so krass. Anders Vergangen. Der spielt mit Puskas und Pelé, hat davor R9 und alle. Was will er mit seinem Team? Das ist so krass. Ehrlich, Maurice, ja. Aber warte mal, Q-Rei. Danke dir. Oh, ein super Bracket jetzt. Passt. Ich mach kurz. So. Jetzt passt alles lecker, lecker. Ehrlich. Horel. Ja. Guck. Guck. Hey, Leon, ich glaub, wenn du nicht da wärst, ich glaub, ich wär komplett durchgedreht, ne? Weil ich fast, weißt du, was ich meine? Was wir geredet haben, was eigentlich voll simpel ist. Ich glaub, ich wär richtig durchgedreht, ey. Ich schwör. Die soll mich als Admin einstellen und gut Geld zahlen. Ich möchte ihn laden auf. Ey, Maurice. Harry Kun ist ein Admin. Leon ist der Beste, ehrlich. Leon und Jasmine sind die Besten, ja. Aber leider ist da irgendwas, leider ist da irgendwas, ähm... Ich versteh halt nicht. Ich dachte so, dieses Bracket-System wär so automatisch, ne, Leon. Dass du einfach, dass du es erkennt, automatisch, wer erster und wer zweiter ist. Und dann automatisch so einsetzen tut, ne? Aber... Ich kenn mich mit dieser Technik doch nicht aus, Mann. Boah. Nee, Mann. Das ist ja nicht automatisch, zumindest noch nicht bei uns. Ah, okay, okay. Kann ich die Tage in eine Einführung geben, kannst du ja. Ey, Leon, was ich mir sowieso schon überlegt hab, so, ne? Ihr könnt mir eigentlich auch Adminrolle geben, so, falls irgendwas ist. Und du weißt ja, wenn diese Bayern-Turniere sind, sind immer voll viele Probleme in der ersten Runde. Ich kann ja auch was machen, wenn ich nicht mitzocke, weißt du? Ich muss nur wissen, wie das geht. Bei mir, ich schmeiß die direkt raus, so, ne? Mir doch scheißegal. Das war bei East Bosch. Das war bei East Bosch damals auch, so. Jemand hat Faxen gemacht, ich hatte auch die Rechte, ich hab die einfach rausgeschmissen. Wollt ihr euch bald? Schreibt euch mal an. Ey, ihr Pixel fragt, ob jemand von euch 90er will. Koray, Koray 2-0. Messi, das kauft bei Ungarn. Ehrlich, krass, hast du kackt bei der Möhe. Aber warte mal hier. Hm, Ecke. Und das ist doch... Uuuuuh. Ja, ab nächster Runde Bio 2. Ja, weil er hinten liegt, 2-0. Und das war jetzt mal. Die rohliche Teile, die brauche ich auch. Und das ist doch sehr gut. Und das ist doch, wenn ihr jetzt mal herrscht. Hier und zum nächsten Mal. Ja. Geht doch einfach Shareplay Wecky, weil wir wussten nicht, dass man für Egato eigentlich in einem Studium Ey, Vincent Hast du es geschafft, Vincent? Oder brauchst du noch Hilfe? Wenn du noch Hilfe Wenn du noch Hilfe brauchst, schreib mir mal bei Insta, dann können wir Audios machen Bei Twitter ist das so scheiße Und Koray macht das 3-0 gegen Anders Das heißt Anders ist raus und Koray steppt in die nächste Runde Schade Schade, schade, schade Anders Aber Koray ist ein Ein Das kann man nicht hier sagen Ein Mach Ein Mach Ach Mach Hä? Kannst du nicht aussehen? Habs hinbekommen nach 5 Stunden Woran lags? Koray Koray macht dir das 4-0 und Und Somit 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 ist das Spiel vorbei Okay Das ist B1 Das ist B1 Die Die Holten geht what Wie muss noch was installieren Achso Oh Anders ist doch da Koray du Geschlecht ja vincent es war aber auch im video du musst diese auf elgato diese sachen runterladen es wird es wird es wird es wird es wird war das kohle kei kohle so Bis zum nächsten Mal.